2020 war ein sehr herausforderndes Jahr, aber auch trotz Corona für uns sehr erfolgreich und deshalb haben wir uns überlegt, Ihnen etwas Besonderes zu präsentieren. Unseren Geschäftsbericht gibt es dieses Jahr nicht nur in Papier, sondern wir werden Ihnen über Social Media einzelne Videoclips präsentieren. Ganz interessant zum Anschauen, kurzweilig, viel Freude damit. Selten ist uns so klar geworden, wie wichtig sicheres Wohnen ist und wie sinnvoll unsere Aufgabe hier gestaltet wird. Wir haben sehr viel gearbeitet, sehr viel verändert, sehr viel gehalten, sehr viel Erfolg damit gehabt und wir würden Sie gerne mitnehmen, Ihnen zeigen, was im letzten Jahr bei uns war, bei uns sein wird in diesem und in den kommenden Jahren. Dieses Jahr haben wir Strategie sehr stark in den Fokus genommen. Wir möchten nachhaltig werden, wir möchten sozial bleiben, wir möchten wachsen, wir möchten zeigen, dass sehr vieles miteinander geht, dass Ziele nicht kontraproduktiv oder gegeneinander sind, sondern dass sie sich gegenseitig ergänzen, gegenseitig stärken und dass Soziales und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sein müssen. Wir freuen uns, Sie auf die Reise mitzunehmen, was wir schon alles nachhaltig gemacht haben und wo wir strategisch in den kommenden Jahren uns aufhalten wollen.